Halli hallo jetzt willkommen hier bei Spelunker, Spelunkie, keine Ahnung, Spelunker HD Deluxe. So, normaler Teil davon habe ich euch auch schon mal gezeigt, das hier ist jetzt aus Asien jetzt die Demo. Wird aber wahrscheinlich auch hier, also mit deutscher Sprache, wird wahrscheinlich jetzt hier in Deutschland bald auch geben und in Amerika. Also die Demo, jetzt gibt es erstmal nur, ja, gehabt jetzt hier in Asien, aber direkt mit deutscher Sprache, ja ok. Solo, einfach mal ausprobiert hier gerade. Ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber, ja gut, zum Glück Demo. So, müsste so ein bisschen so Jump'n'Run mäßig sein, ich mich noch erinnern kann. Hier ist jetzt halt die Deluxe, wahrscheinlich Teil 2 oder nur Teil 1 besser gemacht, wo der andere Teil auch schon ein paar Jahre zurückkriegt. Aber fängt schon gut an, direkt schon gestorben. So, muss man halt hier, was muss man halt machen? So, man kann springen. Richtig ein guter Ander da. So, ah, runter. So, gut. Sachen einsammeln. Bomben legen und so weiter. Fallen, überwinden, halt. Und jetzt. So. 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 Kann man sogar hier steuern. Zum Glück diesmal kein Lesespiel. So. Muss man halt hier verschiedene Sachen erledigen. Erstmal Gegenstände einsammeln und dann halt fallen und so weiter. Überwinden. Dann hat man da ein Stacheln, eben waren da keine. Also, wo ich da vorher war. Dann ja. So. Ein Schlüssel. So. Was habe ich hier? Ich kann mir sogar hier dagegen stehen. Ha! Mein Kopfschüssel. Schürteln. Ja. Ja, genau. Ja. So cool ist es nämlich. Was ist denn hier? Ja, also, ich bin gefragt, ey. Ah, drei Leben schon verheizt, das war es schon. Ah, okay. Gut, kommt dann nochmal ein neuer Versuch, was sollt, ey. So, hat ja schon gut angefangen. Gruppen, offline. Also, das könnte man auch zu zweit oder zu dritt, zu viert mit mehreren Leuten spielen. Aber wie jetzt hier eine Demo-Version halt. Ja, ich muss ja jetzt hier da bleiben. Ja, kann man nur im Kopf schütteln, naja. So, auf jeden Fall kann man auch die Bomben und so weiter, die kann man auch einsetzen. Ich mach's einfach nur noch mal ne Runde, dann hat's statt hier erstmal erledigt, nämlich. Zum Glück war's nur ne Demo. So. Und da ist Techno. Ja, so. Also, kannst warten, bis es ganz oben ist. Ja, gut, alles klar. Tschüss, danke. Was ist denn da für die Scheiße? Oder die? Ah, mach dir, fuck. Fucking shit. Ist es dumm für die Leiter da oben runter zu gehen, oder was? So. Jetzt müssen wir nicht quasi hier die Bombe erst mal legen. Ah, da kann man doch gar gucken. So, das hat mir hier sein... Ah, keine Ahnung, was das ist. So, ähm... Danke. Genau das. Kopf fliegen. So, ähm... Normalerweise kann man jetzt halt, ähm... Wie kann man halt machen? Komm herr, Skorpion. Ne, ähm... Bombe. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie liegen können. Ich weiß noch nicht wie. Ja, wie... Ja, jetzt müssen wir nur wissen genau, wie man so liegt. Oh, da kommen sogar noch Geister. Was ist denn hier? Ja, ich weiß auch, dass ich die Bombe legen muss. Plus wie? Was für ein Knopf? Keine Ahnung, ey. Sonst komm ich ja hier nicht weiter. Irgendwie muss ich jetzt hier rüberkommen. Ja. Die setzen wir das ein, ey. Geht gar nicht, was. Nochmal selber Knopfen, ey. Ja. Leg doch deinem... Shit-Ding da. Ist das ein Start, oder was? Ich weiß nicht mehr, wie man hier die Bombe legt. Ja. Wie man sieht, so leicht ist es gar nicht. Oder Doppelsprung, oder was? Wo du musst nochmal zurück? Ich weiß nicht. Ja. Man geht ziemlich oft da kaputt. Ja. Ja, ja. So endete die Reise, ja. Ja, wisst du was, ich hab da drauf. Oh, hier ist kein Nerv mehr. Aber wenn man das kann, ist es ein bisschen cooler. Da kann man, wie gesagt, halt Bomben legen, so weiter. Ich hab da schon mal hingekriegt gehabt. Jetzt irgendwie nicht. Aber drauf hab ich jetzt noch keinen Nerv mehr, ey. Das war jetzt ein kurzes Spielvergnügen. Was soll ich noch einmal machen, oder was? Ich hab da noch mal gesagt. Ah, vieles Tapschnitt, ey. So, komm, letztes Mal, ey. Verhandelt das Scheiß. Ah, man kann ein anderes Gebiet aussuchen, oder nicht? Was war da gerade? Hätt ich gerne ein anderes Gebiet, weil da ist nämlich ziemlich shitty. Ja, ich probier jetzt nur aus, ob ich jetzt ein anderes Gebiet jetzt hier hinkriege, weil man konnte sich da eben mehr aussuchen. Dort. Death. Machst du besuchen, ne Bombe? Tschüss. Ich kann mal, dass ich so aufhängen, alle einen Fuß. Na ja. Und Tschüss. So. Es sah ja so aus, ob man ein Gebiet wechseln kann, wenn ich nicht so auf. Oh, ich glaub auch, ob man hier auf die Scheißhöhle da. In der Höhle, wo keiner eine Chance hat, zu gewinnen, ey. Oh, was. Da. So. Ja, Grafik kann man verändern. Gebiet nicht. Aber manchmal, wenn ich die Grafik mal klassisch. Damit man das wenigstens sieht. Ah, okay. Tja, vielleicht klappt das dann wohl eher hier. Aber es sieht doch gut aus. So, fällt mir. Aber so war es halt früher aus. Ja, ich glaub nicht. Und das. Oh. Er geht mir schon mehr ab. So. Und das. Le Blech. Le Meff. Und das. Das mit. Cool. Ah, stimmt ja. Man kann ja da sterben. Scheiße, ja. So, Bombe. Ja, was hat der? Was ist denn hier die Sprühflasche? Wie setzt man den Bomben ein? Das geht gar nicht. Da. Wo soll man das denn einsetzen? Ja. Ich verstehe es nicht. Wie klappt das nicht hier. Na doch, jetzt ging es mal. Hä? Hä? Ja. Ja. Hauptsache. Hier jetzt hier in der Billig-Grafik kriege ich da hinten ein scheiß Dynamiter anzuzünden. Naja. Was war jetzt schon wieder? Kopf gestoßen. Na was? Komm ey. Schraus gleich wie aus. Ey. Wartet hier mit dem Kack. Ich verarsche noch den ganzen Tag. Gleich schon wieder tot. Neun Schlüssel. Okay. So habe ich den Schlüssel schon benutzt. Da bin ich neun Schlüssel, aber ja. Na ja. So, Def. The Flash. Da habs auch hier ne Billig-Grafik gilt. Na ja. Kann man sich schon vorstellen, wie eben jetzt in der besseren Grafik das dann... Boah. Wahrscheinlich dann auch gilt. So, Def. Ah. Dann joss. Mach's binne ey, Arschloch. Def. Ach, weiß nur Bescheid. Gehen sogar hier die Wände noch kaputt. Da. Def. Ja. Na Gott's da. Na Gott's da. Wenn jetzt hier... Ja, mach's binne nur gesprungen, ey. Ja. Ja, soviel war ganz interessant, ey. Aber, ja. Naja. Ich sag mal darum, mittelmäßig, so. Egal. Kann man sich trotzdem holen. Ist ganz interessant, wie gesagt. Ähm. Ja, wenn man's kann. Ja, ich konnte da grad nicht so viel. Ha. Naja. Gut. Egal. Na ja, hoffentlich hat's dir trotzdem gefallen und Spaß gemacht. Und, ähm. Ja. Das war's hiermit. Dann sag ich immer euch noch einen schönen Abend. Und, und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen, tschüss, ihr Fahrt. Bis dann. Genug hier rumge- Gespielung geht's. Bis dann.